Hallo zusammen, ich bin Caner. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin 34. Ich hatte anfangs 28, 29 Jahre, habe ich ein bisschen nachgeschaut bei mir. Der Haarausfall hat angefangen und ich war unzufrieden und unmotiviert. Ich wollte einen ersten Schritt machen und das hat ein bisschen Kraft gebracht, Motivation. Und dann habe ich Hair of Istanbul entdeckt und dann habe ich mit ihnen Kontakt aufgenommen. Dann bin ich hierher geflogen. Sie haben mir alles schön mit warmem Herz aufgenommen. Dann habe ich mit der Harttransplantation angefangen hier und ich hatte bis jetzt, also während der Operation, keine Schmerzen. Alles war gut und ich war glücklich. Während der Operation konnte ich fernschauen, spielen, zwischendurch Pausen machen, etwas essen. Nach der Operation bin ich wieder glücklich ins Hotel. Diese drei Tage, wo ich da war, bin ich sehr gut begleitet worden mit freundlichem Gastgeber. Dann habe ich diese sechs Monate bis jetzt, also bis heute, hat ein bisschen Zeit gekostet, Geduld. Und nach Geduld seht ihr, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und das erst nach sechs Monaten. Ich bin motivierter im Leben und das hat mich wie, ich atme wieder neu, wie ein neugeborenes Baby. Das hat mir sehr gut getan. Und ich würde jedem empfehlen, nicht zurückhaltend sein, einfach den ersten Schritt machen. Das hilft euch und das motiviert euch auch. Dankeschön.